Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieltipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir den Erfolg Kartenzeichner. Um ihn zu bekommen, musst du die gesamte Karte freischalten. Ich zeige dir jetzt die gesamten Areale. Erstmal das hier. Ich empfehle dir auf jeden Fall ein Foto mit deinem Tablet oder dem Handy zu machen und dann in Bearbeitungsmenü zu gehen und dort alles anzukreuzen, was du schon hast. Denn die Karte ist wirklich komplex und es kann sein, dass du einfach ein paar Räume nicht siehst. Jetzt befinden wir uns im mittleren Bereich. Ich gehe hier ganz langsam durch. Dann nochmal insgesamt als Bild. Und jetzt nochmal den linken Bereich, das Schiff. Denke mal dran, wenn du zum Beispiel hier bist, dann siehst du die Bereiche nicht so gut. Wenn du in der Mitte bist, siehst du die anderen Bereiche nicht. Also du musst da immer schon hinfliegen, damit du die Karte ordentlich siehst. Halte durch, der Erfolg ist nicht ohne und wenn du 100% machen möchtest, dann abonnier den Kanal.